Ja hallo liebe 1000 PS Freunde, ich bin der Max und ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem Supermoto-Reifentest. Wir haben nämlich mit Conti gemeinsam jetzt uns den Conti Attack SM Evo vorgenommen. Das ist der neue Supermoto-Pneu, den Conti jetzt quasi frisch auf den Markt gebracht hat für die Saison 2018. Und dazu haben wir uns herausgesucht die 690 Duke, die 701 Supermoto von Husqvarna und ein Wettbewerbsgerät. Wir haben den Pneu nämlich auch als Hinterreifen auf der FS450 montiert. Mächtiges Video, bleibt dran! Mächtiges Video So liebe Leute, Conti hat wie gesagt den Supermoto-Reifen überarbeitet und hat jetzt wie gesagt 2018 den ganzen Update verpasst. Die wesentlichen Neuerungen im Detail sind einfach, dass man ein bisschen höhere Laufleistung erzielt mit dem Reifen. Das Compound ist eben neu gekommen und auch der zweite Punkt, wo wirklich dran gearbeitet worden ist, ist eben die Nass-Performance. Also da hat es eine Mischung gegeben, die mehr Silica-Anteil hat. Silica ist nichts anderes als eigentlich ein Weichmacher kann man sagen und damit erzeugt man einfach, dass das Ganze bei Nässe ein bisschen ein vertrauensschaffenderes und einfach sichereres Handling hat und das Ganze auch noch kombiniert mit einem breiteren Grenzbereich. Und somit macht man diesen Reifen vielleicht einen Tick alltagstauglicher und einen Tick auch zugänglicher für ein breiteres Publikum und nicht nur für diese Hardcore-Supermoto-Ecke. Ja, ein positiver Nebeneffekt von dieser Compound-Änderung ist, da habe ich gestern noch mit den Conti-Technikern am Telefon ein bisschen geplaudert, dass dieser Vorderreifen jetzt mit der neuen weicheren Mischung ein bisschen ein transparenteres Feeling und im Endeffekt auch mehr Grip vermitteln soll. Ja, ich selbst bin natürlich schon oft Supermoto gefahren, aber ich bin beileibe kein Profi und da habe ich mir heute zwei Experten besucht. Ich schaue mal schnell rüber. Da haben wir den Erwin zum einen, ein absoluter Supermoto-Crack. Ich meine, Erwin, du hast dir da heute Stoff gegeben. Ich glaube, du hast richtig Spaß gehabt, sowohl mit den Bikes als auch mit den Reifen, oder? Ja, war nicht richtig Spaß gehabt. Ich habe wieder einmal auf der Strecke super gewesen. Und dort, wo wir waren, wo waren wir? In der buckligen Welt waren wir unterwegs, Richtung Schwarzenbach. Da haben wir auch enge Serpentinen gehabt und auch wirklich viele Kurven. Es war auch trocken, momentan im Hintergrund. Man sieht es vielleicht, es ist ein bisschen zur Regenschau drübergezogen, aber die Fahrerei, sprich, bis 14 Uhr haben wir wirklich trockene Straßen gehabt. Das hat gepasst, also lasst dich nicht verunsichern. Also für die Verhältnisse, die Reifen, hat man man ein paar gedacht. Genau, und als zweiten Experten, jetzt schaue ich da schnell herüber, habe ich mir den Tibor 7er-Igel krallt. Und aufmerksame 1000 PS-Zuschauer haben den Typen jetzt vielleicht schon mal gesehen bei uns. Der hat nämlich mit uns gemacht den Naked-Bike-Vergleichstest. Und Tibor, stell dich mal ganz kurz selber vor, so in ein paar Sätzen. Was machst du denn, woher kommst du und wieso fährst du jetzt Motorrad und das Ganze bei 1000 PS noch dazu? Also mein Name ist Tibor Simay, ich bin 46 Jahre alt und ich bin von der Leidenschaft Mountainbike eigentlich in den Profisport gekommen. Und das war natürlich anfangs BMX, lange Zeit Rennen gefahren, Mountainbike-Rennen gefahren, vier Leute gegeneinander im Berg runter. Also sowas wie Bordercross, Snowscoot, in dem Bereich was. Und irgendwann einmal ist alles einmal zu Ende. Dann geht es bei 1000 PS weiter. Nein, aber dann kam meine große Leidenschaft, die ich ja schon immer hatte. Das war Motorrad, aber da war halt nie irgendwie das Pulver im Haus. Und jetzt kann ich mein Motorrad leisten und dann habe ich angefangen zum Motorrad fahren. Und wen treffe ich auf der Fahrradmesse, sag ich schon, auf der Eichmann in Mailand? Eich. So, und dann sind wir natürlich ins Quatschen gekommen, weil ich habe auch eine Kamera in der Hand gehabt oder ein Mikrofon in der Hand gehabt. Und habe von Magura da ein paar Videos gemacht. So, und dann haben wir uns gleich auf Anhieb gut verstanden. Und jetzt stehe ich hier und darf Motorrad fahren und darf quasi meinen Senf da dazugeben. Und das gefreut mich total, weil ich einen ganz anderen Ansatz habe wie ihr. Ihr geht es auch von diesem Technischen da ran und so. Aber mich interessiert halt auch diese Ergonomie. Wie lange kann ich am Motorrad Spaß haben? Und wenn ich einen Helm aufhabe, dann habe ich einfach dieses Freiheitsgefühl und den Spaß. Und das will ich mir einfach nicht nehmen lassen und das möchte ich gerne teilen. Ja, und der Typ hat sich schon in Grundzügen angesprochen. Er hat einfach ein jesinniges Fangefühl für Themen Ergonomie, Grip, Sitzposition etc. Und deswegen bin ich eigentlich sehr froh, dass wir die heute hier auch dabei haben. Und er ist ein bisschen ein Tiefstapler. Also er ist jetzt zwar noch nicht so lange am Motorrad drauf, aber der Typ kann echt was. Ja, also ich habe gesehen, der hat richtig Spaß gehabt da halt auch mit den zwei Supermotos und alle Kurven quer und am Hinterrad und Willi. Und nein, es war einfach eine mächtige Fahrerei, die wir da am Vormittag gehabt haben. Aber jetzt reden wir nicht so lange herum. Gehen wir vielleicht ein bisschen näher auf den Reifen noch ein vom subjektiven Feeling her. Tiba, ich starte jetzt gleich mit dir. Für mein Empfinden, sag ich mal, war es relativ neutral, das Ganze. Es ist eine spitze, sportliche Kontur, die der Reifen hat und es ist ein extrem breiter Grenzbereich. Und ich finde, gerade auf einem Supermoto ist das eine echte tolle Sache. Und weiß ich nicht, du bist ja vielleicht noch ein diversiertere Supermotofahrer. Wie ist denn dir damit gegangen? Ich kann ganz ehrlich sagen, dass ich auch den vorigen Reifen, den Attack, den reinen Attack gefahren bin. Der war ja original auf der Supermoto montiert. Und es ist eigentlich sehr, ja, es ist sehr schwer zu messen, muss ich wirklich sagen. Das, was du vorher angesprochen hast, dass du sagst, du hast jetzt einen weicheren Reifen, du hast mehr Grip, du hast eine bessere Regenlaufeigenschaft. Aber langlebiger auch noch der Reifen, das sind Sachen, da müsste man jetzt wahrscheinlich drei Tage fahren und das über zehn Stunden am Tag testen. Und dann schauen wir uns den Reifen an. Aber das, was der Reifen heute gemacht hat, also diese spielerische Fahrerei, das, was der Erwin, auch wenn man Erwin zuschaut, dass du genau weißt, okay, wir machen diesen Scandinavian-Flick, wir bremsen die Kurve erst in die falsche Richtung an, rutschen dann in die andere und dann geht es weiter und dann kommt der Grip. Das hat, der hat alles mitgemacht. Der hat alles mitgemacht. Ich meine, das ist ein Straßenreifen und ich lasse den rum wie ein Supermotorreifen. Da habe ich mir gedacht, oh, das ist schon geil. Nein, es war nämlich auch so, dass wir eben vormittags Straße waren, beziehungsweise späterer Vormittag dann rübergefahren sind auf die Supermotorstrecke in Bad Fischau. Die ist nämlich relativ unweit vom 1000 PS Büro nur entfernt. Und ja, Stichwort quer, da komme ich jetzt wieder zum Erwin hinüber. Das ist nämlich einer, der aus der Rennsportecke kommt. Ich meine, ich glaube, du bist schon als wirklich junger Bursche da auf zwei Rädern quer unterwegs gewesen. Du fährst auch sehr viel in der Halle, bist auch Instruktor, glaube ich, beim Thema Supermotor. Ich meine, klar, du bist jetzt vielleicht rennrassige Rennreifen gewohnt. Wie ist denn dir gegangen jetzt mit so einem Straßen zugelassenen Supermotorreifen? Ist dir das zu schwach, zu wenig oder hat es eh gut gepasst? Sag einmal. Also, wir fahren ja ziemlich alles quer in der Halle. Wir sagen, der Reifen kann gar nicht so abgefahren sein, dass das nicht mehr geht. Also, da geht es nur leichter. Und ja, natürlich komme ich vom Rennsport raus. Mein erster Supermotorreifen ist ganz lustig. Das habe ich eigentlich auch noch nie gesagt. Das war ein Motogroßreifen, ein Bridgestone, glaube ich. Den habe ich noch daheim. Da hat mein Vater die Stoppeln weggeflext. Das war mein erster Supermotorreifen. Darum bin ich da ein bisschen hart gesotten, sage ich mal. So lernt man in Oberösterreich am Berg oben das fahren offensichtlich. Ein Wahnsinn. Eine schöne Anekdote, das taugt mir irrsinnig. Aber das spricht natürlich auch für dein fahrerisches Können, dass du nicht angewiesen bist auf irgendwelche Klinkerlitzchen wie Fahrwerk oder Reifen. Also, man kann mit allem, wenn man nur will, oder wie? Man kann mit allem. Aber was natürlich wunderschön funktioniert heute, das Triften, das Einbremsen. Ich habe ein brutal gutes Gefühl für den Vorderreifen auch gehabt. Ich habe nie gemerkt, dass das irgendwie schnell abhauen wird oder so. Also, wirklich ein Traumreifen, meiner Meinung nach, viele Straßen. Natürlich gibt es immer noch weichere und bessere Mischungen zum Reinfahren. Aber auch auf der Rheinstrecke, wenn ein paar funktioniert. Ich bin jetzt vielleicht nicht so der Maßstab, aber ich bin sehr beruhigt, dass die zwei Supermoto-Craigs da zu meiner Rechten, von eurer Seite links gesehen, dass die das Gleiche sagen. Was mir persönlich aufgefallen ist, es ist einfach ein extrem gutmütiger, breiter Grenzbereich. Also, ich habe dann oft so das gehabt, dass ich jetzt merke auch, jetzt reißt die Traktion ein bisschen ab. Und das fangt sich aber dann wieder und kann einfach wirklich sowohl mit dem Gas als auch über die Schräglage toll dosiert werden. Und er zwingt einen nie in einen Bereich rein, wo der Fahrer auf einmal Stress kriegt und sagt, um Gottes Willen, ich bin überfordert. Es ist einfach, glaube ich, diese Gutmütigkeit, wie ich schon gesagt habe, die das Produkt ein bisschen auszeichnet. Tipo, du nix so zustimmend. Siehst du das auch so? Ich bin sogar wirklich erstaunt, weil wir haben ja den Reifen auch auf eine reine Renn-Supermoto draufgeschraubt. Und jetzt habe ich gedacht, der Reifen, der baut bestimmt in drei Turns oder in drei Kurven, in drei Runden baut der ab. Und das war es eigentlich nicht. Und ich hatte nie diesen Moment, wo ich gesagt habe, normal machst du einen Reifenwärmer drauf und so weiter und dann bringst du die auf Hitze. Und ich bin eine Runde warm gefahren und dann habe ich den Gashahn offen gehabt und dann bin ich zehn Runden voll durch und das hat sich immer geil angefühlt. Und dann schaue ich mir das Profil von dem Reifen an, das Reifenbild, und der schaut aus, als wenn er aus dem Laden raus ist. Dann denke ich mir so, das ist eine geile Geschichte. Nein, man muss schon sagen, das Abriebbild war eigentlich bei allen drei Bikes, die wir da jetzt im Einsatz gehabt haben, wirklich gut und absolut unbedenklich, hätte man gesagt. Wie gesagt, das war heiß. Wir sind da auf Rennstrecke unterwegs gewesen. Wir sind am Stück zehn, zwölf Runden gefahren eben. Und dementsprechend kann man echt sagen, dieser Reifen hat sich gut geschlagen und der steckt auch einiges weg. Aber ganz klar, ich meine, Laufleistungswunder ist so ein Sportreifen ohnehin nie. Vielleicht auch noch interessant, die Kontur ist natürlich ein bisschen spitz, das habe ich zu Anfang eh schon gesagt. Und ja, auch die Karkassenkonstruktion haben wir auch schon vorher gesagt, ist ein bisschen ein härterer Subjektiv als wie beim Vorgänger. Aber summa summarum, echt ein Reifen, der richtig Spaß macht. Und was mich jetzt vielleicht noch interessieren wird, die haben wir jetzt gar nicht im Bild, aber wir sind den auch auf der 701 Wittbilden gefahren, weil wir einfach zeigen wollten, wie vielseitig der Reifen ist. Da hat man allerdings dann schon gemerkt, wenn man jetzt das Ganze nicht ganz so sportlich angeht, ist das vielleicht ein bisschen überfordernd. Oder sagen wir, nicht überfordernd, aber auch fordernd für den Fahrer, oder? Es ist halt schon diese spitze Kontur, irgendwann kippt es dann schon ein bisschen zur Seite weg und wird halt dann, also unstabil wäre das das falsche Wort. Aber es ist halt einfach sehr sportlich, sagen wir mal so, oder? Unterschreibst du das, Erwin? Ja, ich glaube, draußen in der Landschaft kein Problem, aber im Stadtbereich, wo wirklich langsame Kehren oder so sind, ist es wirklich schwierig zum Fahren gewesen. Es ist mir vorgekommen, es ist leicht einkriegt, das Vorderrad. Kann natürlich auch an der Sitzposition von der Wittbilden liegen, aber da hat er mir nicht so zugesagt, der Reifen. Natürlich, wenn es schneller geworden ist, ist es wieder besser geworden. Genau, würde ich eigentlich genauso sagen. Darum haben wir auch nur die Bikes da jetzt bei uns stehen, aber gehen wir es vielleicht von Anfang an kurz durch. Starten wir bei der 690 Duke. Gehen wir vielleicht mal ganz kurz auch auf das Konzept ein. Es ist ja sehr interessant. Da gibt es ein zweites Video, das am heutigen Tag entsteht. Da haben wir nämlich wirklich so einen Naked-Bike-Super-Motor-Retro-Bike-Vergleichstest gemacht. Drei Bikes, gleicher Motor, quasi gleicher Hersteller unter Anführungszeichen. Es ist ja kein Geheimnis, dass Husqvarna da bei KTM sehr stark mit drinnen steckt und dass sie die sehr viele Produkte auch teilen. Ist halt so, ist ein wirtschaftliches Prinzip heutzutage. Wird bei anderen Herstellern genauso gemacht. Aber sumo summarum sind jetzt die drei Bikes, die wir da stehen haben, echte Spaßgeräte. Und starten wir jetzt schnell mit der 690 Duke. Das ist halt ein Eisen-Einzylinder, aber mit wirklich toll anerzogener Laufkultur. Es ist, glaube ich, auch ein Bike, wo sich Anfänger sogar wohl drauf fühlen. Komfortable Sitzposition, gute Ergonomie im Allgemeinen. Das Fahrwerk ist auch wirklich schwer in Ordnung. Tibor, ein paar Worte zur 690 Duke. Wie wird es dir da heute? Auf alle Fälle hat es mich sehr überrascht, weil ich gedacht habe vom Konzept her, okay, das ist jetzt von der Form her oder vom Aussehen her nicht mein Moped, weil ich so auf die Supermotors stehe. Aber es hat mich so überrascht, dass ich nach zwei, drei Fahrten in der buckligen Welt habe ich gedacht, ich will gar nicht mehr abschalten. Weil natürlich das Fahrwerk nicht so abgesagt ist, weil es natürlich weniger Federweg hat. Und ich fand die Federung sehr progressiv. Das heißt, hinten raus ist das schön hart geworden. Das war kein harter Anschlag, sondern das ist immer schön hinten raus härter geworden. Und mit dem Reifen habe ich dann irgendwann rumgespielt, weil der Erwin hat mir dann gezeigt, wie ich alles abschalten kann. Und dann habe ich so das Grinsen im Gesicht gehabt, dass ich versucht habe, so zu fahren wie der Erwin und bin nur noch am Rutschen gewesen und am Reindriften und wieder am Rausbeschleunigen. Und ich habe immer alles unter Kontrolle gehabt. Das war geil. Und ich glaube, da ist jetzt auch dieser Reifen wirklich wesentlich beteiligt daran, weil einfach der diesen sportlichen Fahrstil möchte, wegsteckt, gut kann, wie auch immer man das formulieren möchte. Erwin, wie siehst du das? Ich glaube, es harmoniert wirklich gut, dieser Conti mit der KTM, oder? Mit der KTM funktioniert der Reifen top auf alle Fälle. Der Tiba hat reinfahren in die Kurve, schon besprochen. Ja, rutscht weg, aber kontrolliert, wirklich cool. Dann rede ich über das Rausfahren. Wirklich, du hängst drin, der Reifen geht. Okay, ABS, auch bei der Traktionskontrolle regelt ein bisschen. Der Reifen fangen sich wieder. Also nie das Gefühl gehabt, oh, das geht nicht mehr, sondern wirklich einfach nur ein Grinser im Gesicht und geil ist es. Das ist wichtig, weil das macht letzten Endes also diese Emotion, auch das Motorradfahren aus und wenn man da eben gut besoldet ist, möchte ich jetzt mal sagen, mit dem Produkt von Conti hier in dem Fall, ist das natürlich eine umso größere Freude und umso größere Freude, muss ich ehrlich sagen, war es auch dann mit der 701 Supermoto von Husqvarna, weil die war eigentlich dieses Bike, was für diesen Supermoto-Gedanken und für diese Tests, die wir halt eigentlich da vorgesehen gehabt haben, perfekt geeignet war. Schauen wir schnell rüber. So, jetzt sind wir da bei der 701 Supermoto. Es ist nämlich so, dass diese Supermoto von Husqvarna auch ab Werk mit dem Conti Attack SM ausgestattet ist. Also nicht mit der Evo-Line, sondern mit dem Vorgänger noch ab Werk. Heißt schon mal, dass die Leute sich was dabei gedacht haben und dass das sicher gut harmonieren wird. Und jetzt mit dem Nachfolgemodell muss ich sagen, einfach Fahrspaß in gleicher Güte-Klasse, wenn nicht noch mehr. Oder Tiba, es ist ja schließlich auch dein Bike. Wie ist es dir damit gegangen? Du hast sicherlich noch ein bisschen Erfahrung im direkten Vergleich auch. Es ist ganz schwierig, also wie anfangs gesagt, es ist ganz schwierig, die zwei Reifen zu vergleichen, weil das ist wirklich klar, wenn der Reifen langlebiger ist, das muss ich natürlich eben auf die Dauer testen. Im Regeneinsatz, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, der macht einfach Spaß. Der Reifen macht einfach Spaß. Und durch das, dass das Motorrad, dass der Reifen so spitz ist, du kannst dieses Motorrad wirklich fast hinlegen. Also hinlegen in Form von, du legst es zur Seite, hast Grip, rutscht ein bisschen und beschleunigst raus und du hast einen richtigen Spaß dabei. Das ist einfach, du hast nie dieses Gefühl, dass der Reifen sagt, so und jetzt bist du weg. Und das hast du nicht, sondern du hast immer dieses Gefühl, okay, das passt. Und entweder da hast du den Kopf oder du rutschst rein oder du beschleunigst raus. Also du kannst verschiedene Techniken fahren. Du kannst wahrscheinlich auch im Hängen auffahren, das kann ich aber nicht. Und hast trotzdem dieses Gefühl vom Grip, weil es einfach, der Reifen gibt dir eine sehr gute Rückmeldung und passt meiner Meinung nach perfekt zu dem Motorrad. So, ja, wenn jetzt, darf ich die Frage an dich weitergeben. Du bist ja mit der 690 Duke schon wirklich schnell und quer und überall alles wirklich sportlich am Anschlag gefahren. Aber ich glaube, mit der Husqvarna 701 Supermoto hat es noch mehr Spaß. Und ich glaube auch, nicht zuletzt hier liegt es ein bisschen an der Bereifung. Ja, natürlich habe ich da die Beinfreiheit gehabt, die ich brauche, um meinen Stil zu fahren. Die Spitze von dem Reifen, glaube ich, ist zum Supermotor fahren einfach sehr gut, weil du durch das einfach auch schneller umlegen kannst. Und das braucht man einfach beim Supermotor fahren, braucht man ein schnell wendendes Bike. Und das ist einfach cool. Du gehst runter, bist ein bisschen in der Bremsen und der Reifen geht in die Kurve. Und du merkst wirklich, du kannst dich antasten an dem Bereich, wo du zur Flanke gehst und wie du da eben minimieren kannst. Und das finde ich sehr cool an einem Reifen. Definitiv feine Sache. Ja, und wie soll ich sagen, einen kleinen Scherz haben wir uns auch noch erlaubt. Wir wollten einfach austesten, was wirklich geht und haben den Reifen dann auch auf ein reines Wettbewerbsgerät draufgezogen. Und zwar ist das die Husqvarna FS450, die da zu meiner linken steht. Wie schon gesagt, eine reine Wettbewerbs-Supermoto. Echt reduziert auf das Wesentliche. Es ist halt total wenig Gewicht. Ich glaube 104 Kilo oder so hat das Ding. Tibor, es ist auch wieder deine, die haben uns ausgepackt von dir. 104 Kilo, stimmt das? 104 Kilo ist jetzt die Werksangabe. Ich habe es wirklich selber noch nie gewogen. Aber das fährt sich fast wie ein E-Mountainbike, weil es halt einfach, ja. Nein, noch eine schmälere Sitzbank, noch weniger Gewicht eben. Fahrwerk ist ein bisschen tiefer gelegt auch noch. Es ist vorne diese WP-Luftfedergabel drinnen. Ja, wie schon gesagt, ein reinrassiges Wettbewerbsgerät. Und wir wollten einfach schauen, wie schlägt sich der Reifen da drauf. Und das war natürlich auch das Gerät, mit dem wir heute am engagiertesten angegast haben, wenn man das so sagen kann. Ein kleines Hopperler ist uns auch passiert. Eigentlich wollte man den Conti natürlich auch auf der Front aufziehen. Allerdings hat mich dann der Tibor angerufen zu Hause bei ihm in der Werkstatt und hat gesagt, Max, ich muss dir was beichten. Die Front ist ein 16,5 Zoll Vorderrad und der Conti wird allerdings nur eben für die Straße in 17 Zoll produziert. Und hat uns einen härtlichen Lacher gekostet. Aber am Heck kommen wir jetzt auf jeden Fall drauf. Und ich weiß nicht, was sagst du als Supermotoprofi, das Heck ist ohnehin das wichtigere Radl bei der Supermoto, oder? Sehe ich auf alle Fälle auch so. Ich meine, vorne ist wichtig, dass du halt die Führung hast. Aber fangen wir mal von ganz vorn an. Ich habe den Reifen, ich habe dir ja gebeten, dass ich den selber montiere. Das heißt nicht, dass wir jetzt in eine Werkstatt gehen, sondern ich habe ihn selber montiert. Und ja, die Karkasse, das fühlt sich so an, als wenn die ein bisschen steifer wäre, ein bisschen stabiler. Und das ist beim selber montieren, ist das einfach ein bisschen anstrengender. Und beim Supermoto ist es generell so, du hast einen Rennreifen drauf, da hast du deine Reifenwärmer drauf, dann brauchst du die Reifen auf Temperatur. Dann fährst du rum. Das ist alles immer sehr aufwendig. Und heute habe ich mir gedacht, dann habe ich noch mit dem Erwin geredet, habe ich mir gedacht, jetzt muss ich vorne einen Reifenwärmer drauf tun, weil sonst wird der Reifen nicht warm. Also, vorne Reifenwärmer drauf, hinten natürlich nicht. Innerhalb von einer Runde hat sich der Reifen angefühlt, als wenn ich einen Reifenwärmer drauf gehabt hätte. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, der wird jetzt nach drei Runden oder vier Runden abbauen. Ja, fehlgeschlagen, eben nicht. Also der Reifen hat in jeglicher Schrägerlage beim Rausbeschleunigen, beim Reimbremsen und so weiter. Ich habe gedacht, irgendwann muss doch der, das hat sich immer angefühlt, als wenn ich einen reinen Rennreifen drauf gemacht hätte. Und das ist, finde ich, meiner Meinung nach eine geile Geschichte, weil, vielleicht kann ich mir auch die Reifenwärmer sparen, weil die kosten nämlich 600 Euro. Das ist natürlich ein interessanter Gedanke. Und ich finde es ganz toll, dass du das so siehst. Erwin, was mich jetzt interessieren würde, du bist ja jetzt, wie gesagt, eher der Profi. Welchen Reifendruck fährt man so normalerweise bei so reinrassigen Renn-Supermoto-Reifen? Ja, direkt von der Renn-Geschichte bin ich schon eine Zeit lang weggegangen. Was wir gefahren sind, wir sind ziemlich wenig gefahren, so zwischen 1.2 und 1.6, glaube ich, so was war das. Also 1.6 am Heck und 1.2 an der Front? Oder generell geht es nur ums Heck jetzt? Kommt auf die Strecke natürlich auch drauf an, auf die Temperatur. Wie gesagt, ich muss halt liegen, ich bin da ein bisschen zu lang weg von der Materie. Was man heutzutage mit den Reifen fährt, ich weiß bloß nur in der Halle. Was man definitiv halt sagen kann, im Rennbereich fährst du mit weitaus niedrigerem Luftdruck als auf der Straße. Die Herstellervorgabe in den meisten Fällen ist einfach 2.5 an der Front, 2.9 am Heck war das Ganze. Nur, ja, jetzt sind wir halt hergegangen und haben da auf der Strecke den Druck abgesenkt. Tibor, ich glaube, du hast die Luftmessfolie in der Hand gehabt. Genau, ich habe ihn jetzt einmal kalt auf 1.8 und als er dann warm war, hat er ein bisschen zu viel gehabt, da habe ich nochmal was abgelassen. Dann hat es aber leider zum Regnen angefangen und vorne fahre ich 1.4, 1.5, wenn er warm ist. Also wirklich weniger, um einfach mehr Grip zu bekommen, mehr Auflage zu generieren. Genau, und damit der Reifen auch punktuell, glaube ich, nicht so heiß wird, gibt man halt eben für Rennbedienungen weniger Druck rein, breitere Auflagefläche und durch die Temperatur, durch dieses Walken am Asphalt, bekommt ja der Reifen dann ohnehin eben höhere Temperatur und dementsprechend baut sich auch mehr Luftdruck im Reifen auf. Und ja, hat uns einfach nur interessiert, wie weit kann man den Druck runtergeben, beziehungsweise was fährt sich dann für den Rennbereich auch eben hier gut. Und da sind wir dann eben von 1.8 auf 1.6 gegangen und waren damit dann aber eigentlich sehr zufrieden. Ja, ich meine... Ja, und wenn du dir das Profil anschaust, schau dir an, das sind jetzt zwölf Runden gewesen, der schaut aus wie aus dem Laden. Also ich bin wirklich erstaunt. Ich hätte das nicht gedacht, also echt eine geile Geschichte. Und eine ganz coole Sache, das fällt mir jetzt gerade noch ein, bevor ich es vergesse, ist, dass Conti auch den Reifen mit einer sogenannten Traction Skin ausliefert. Das heißt, da ist nicht wie üblich, ich meine, du kennst es sicher auch, da ist immer so Trennmittelschicht drauf bei den meisten Herstellern. Nur Conti macht das nicht. Die haben ein spezielles Fertigungsverfahren, wo eben diese Reifenformen ohne diesem Trennmittel auskommen. Und dementsprechend, ich meine, wir haben ja heute eigentlich nicht irgendwie eine Einfahrphase gehabt, die sind in der Früh montiert worden, die Reifen. Und ich glaube, wir haben uns drauf gesetzt und haben Gas gegeben einfach, oder? Man sieht das, also du sagst das jetzt zum ersten Mal, ich habe das gar nicht gewusst. Ich habe gemeint, die Reifen waren schon angefahren. Okay. Nein, die schauen so aus tatsächlich, die haben einfach eine raue Oberfläche, aber ab Werk. Also dieses Einfahren entfällt großteils. Wie gesagt, wir haben uns da drauf gesetzt und haben Gas gegeben eigentlich heute, oder? Ja, ich würde schon so sagen, weil ich habe es auf der Fall vielleicht so gemacht, weil ich mir gedacht habe, der ist eingefahren. Ja, aber normalerweise sieht man auch die Schicht natürlich. Und das ist das kleinste Reifen und das habe ich da nicht gesehen. Da habe ich mir gedacht, okay, kann man gleich voll andrucken. Definitiv, aber es ist halt einfach eine Besonderheit, die Conti hier den Reifen mitgibt. Ich glaube, durch die Bank ist auf jeden drauf, diese Traction Skin Oberfläche. Ja, liebe Leute, wenn es ihr vielleicht noch Fragen habt zum Conti, zum neuen Conti Pneu, schreibt uns das in die Kommentare. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr leibende Supermotorbilder gesehen habt, von den zwei von mir wahrscheinlich eh nicht so. Ich habe es, ich... Du, Max, wie heißt der Reifen nochmal? Conti Attack SM Evo. Boah, auf Ohrens, auf Ohrens! Nein, ich habe jetzt schon anfangs ein bisschen Probleme gehabt, die Bezeichnung richtig rauszubekommen. Er ist einfach ein Profi. Nein, aber wie gesagt, leibendes Produkt, uns hat es taugt, Daumen hoch dafür, Daumen hoch dafür auch bitte von euch, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten weiterhin dranbleiben, sitzen bleiben oben, schönen Tag, ciao, geführt euch! Danke. Danke.